Ja du, guten Tag mit Guatelit. Jetzt haben wir die Vitalis Galuaga, ein wunderbares Häuschen mit einer Sachs-Sieben-Wohnung und das wäre euch etwas für euch und die Schnucke. Das ist etwas Galuaga für das Häufige, aber wir haben gleich Galuaga, die wir bauen. Das könnte ich euch so machen. Und jetzt, die erste Sache, die ich verwitze, ist der Polier von an der Baustelle. Ich zie mich sehr, du guatabuab, sonst wie geht es dir? Gut, gut. Meintag, gut. Meintag, ja, Meintag. Ich merke mich ein bisschen, aber... Und sonst wie geht es dir? Gut. Tiptop, jawohl. Kannst mir gerade ein bisschen erklären, was du bauen kannst. Hier gibt es, wie sieht man, ein Märchen von Familienhäuschen. Vitalis, Laldon, der Bauherr ist der Schniedrich Paul. Und der Polier? Polier ist der Schniedrich Stefan. Ah, ja. Jetzt sind wir in der ersten Oge. Oge. Und wie viel muss man bauen? Es gibt nachher noch das zweite, das dritte Oge und die Attica. Und die Attica wäre für mich? Nein, das wird alle verkauft. Alle verkauft, ja. Danke viel, Stefan. Ja, gut. Wenn wir gerade ein bisschen schauen, wie und was. Diese hier sind die neuen Elemente von Doca. Das haben wir jetzt neue Kaba dieses Jahr. Das kann man so schauen. Das ist so zu schauen, ist kompliziert, aber verschaffen ist ganz einfach. Wir müssen Abstand vor dem Coronavirus, du guter Buben. Wir sind alle gesund. Ja genau, kannst du mir sagen, was willst du bauen? Nichts, arbeiten. Kleine Mäuren. Kleine Mäuren? Ja. Das ist schon ein bisschen flott. Tipptopp. Die Zink geht schnell. Und die haben immer die Mäuren alle gerade? Nicht immer. Aber er ist da zum Verbessern. Ohi, du. Und du? Was machst du auch immer? Oh, Mäuren. Du packst die Mäuren, ja. Bist du der Obermalher von der Mäurlinie, oder? Ja, gar im Moment schon. Im Moment. Darum will es, dass es da ist. Aber wir werden die ja schon gerade machen. Das kann ich fast nicht glauben. Tonträger stellen. Tonträger. Und dann kann ich die Schnür spannen. Und das ist unter das Pintrisch machen. Dann kann ich das kratzen, ja. Und das ist nur das einfache das. Ja, ist nicht schwer. Sonst könnte ich sagen, ich höre nicht. Tipptopp. Ihhh, du. Was willst du machen? Arbeiten. Arbeiten, ja. Aber sonst. Schalot, die Fenster machen. Die Fenster montieren, ja. Warum die Fenster? Dann muss man mit der Niveau montieren. Und dann haben wir so. Wie ist der Kohl? Wie ist der Kohl? Wie ist der Kohl? Genau richtig. Genau richtig, ja. Da kann man immer denken, ah, so. Und du mein Fenster? Aber die brauchen Arbeit. Das bürst du aber nicht richtig. Du musst Arbeit reinigen. Immer stimmen. Tipptopp. Dann erwiesst du dir eine schöne Weiterarbeit? Danke vielmals. Ich wünsche euch euch. Danke schön. Ciao, ciao. Ciao. Du bist die Armando? Ja, ja. Und du hast die Elemente mit dem Fenster? Ja. Ok. Du hast eine Flotte von Elemente Furtland und wir sind fertig in einem anderen Ort. Hier kommt der Brunetto. Der Niveau gerade. Die Flotte von Plandrin. Wir können in jedem Moment schauen, der Masch, wie viel hoch, wie viel die Distanze, wie viel was. Das ist euch ganz wichtig. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Baustellen. Bis zum nächsten Sendung. Ciao, guatiloite. Wir sagen so ein Muster. Eine neue Maschine, bei den letzten Jahren, neue gekauft. Es ist gerade drei, nur ein Moment. Hallo. Hallo. Wie geht ihr? Mir geht euch gut. Überrasch. I do. Ciao. Ciao. Merci Diana. Ciao. Walliser Power. Ulrich im Boden AG. Oh, guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Wenn ihr mehr wisst von der Firma Ulrich im Boden und von der Schnuckerli TV, dann bitte ein paar Likes auf Facebook. Bis zum nächsten Mal. Ciao.